Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 26.400 US-Dollar. Wir haben mal wieder einen richtig ugly Move gestern gesehen. Es ging nach oben und sofort wieder der Random-Abverkauf. Das ist auch im Endeffekt das Einzige, was die letzten paar Tage so richtig passiert ist. Wir haben negative Aktienmärkte, wir haben einen sehr, sehr starken US-Dollar, der wieder erwartet. Also von mir wurde es nicht so erwartet, beziehungsweise auch nicht so prognostiziert. Muss man ja auch dazu stehen, dass wir einen sehr, sehr starken US-Dollar haben. Und wie gesagt, die Märkte kacken einfach momentan ab. Und wir kriegen bei Bitcoin einfach immer nur wieder gleiche Wiederholungen. Was das jetzt zu bedeuten hat, wie wir uns weiterhin positionieren können, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer trotzdem gerne schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal und natürlich auch die Glocke aktivieren, weil dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich hier ein Video hochlade. Und kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, sowas wie hier Ethereum. Dann kommt da gerne rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und natürlich alles for free. Und weiterhin habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch bei BingX anzumelden. Wird auch eine coole Aktion kommen. Beziehungsweise ein Community-Treffen werde ich alles noch teilen in den nächsten Tagen. Aber wenn ihr euch bei BingX anmelden wollt, kriegt ihr weiterhin 100 USDT. Wenn ihr die einzahlt, kriegt ihr 50 USDT als Free Trade. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 26.417 US-Dollar. Gestern dieser Ugly-Fake-Move erinnert mich einfach immer wieder so an die letzten Wochen, was hier passiert ist. Immer wieder erst Pump, dann sofort wieder dieser Abverkauf. Dann hatten wir im Endeffekt hier am 29. August, als dieses Micro-Strategy-Umwandlungsding da gelaufen ist, fast den gleichen Move ging nach oben und random wurde es mit den nächsten 4 Stundenkennens einfach wieder abverkauft. Und genau diesen Move haben wir jetzt gestern eben auch wieder bekommen. Genauso wie hier am 18.09. und was weiß ich da drüben nur in umgekehrter Verfassung. Es ist momentan eher immer so, dass wir hier Short- und Long-Liquidierungen sehen und kein großes Ganzes, was hier im Endeffekt läuft. Und das stört mich. Wir haben unser übergeordnetes Golden Pocket. Wenn wir jetzt mal einfach mal diese Gesamtbewegung hier anschauen nochmal, wurde das Golden Pocket hier um 50 Dollar nicht erreicht. Das heißt, unsere Long-Position wurde um 50 US-Dollar auch nicht abgeholt. Und dann nachzuspringen, war mir einfach ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant. Weil, und jetzt kommt das Nächste, wenn wir das große Golden Pocket hier wegmachen und uns jetzt einfach mal von unserem Top zu unserem Tief des GP ziehen, sehen wir auch, wir hatten gestern nicht mal oder mal wieder nicht die Kraft, unser Golden Pocket nach oben hin zu erreichen. Das heißt, der Move ging nicht mal hoch bis zu unserer Ineffizienz. Wir haben hier zwar diese kleine erst einmal gefüllt, alles schön und gut, aber das Golden Pocket mit dieser größeren Ineffizienz hier oben wurde eben nicht erreicht. Und dort liegt im Endeffekt auch das meiste Volumen. Wenn wir uns jetzt mal hier unten die Volumina angucken, hatten wir in diesem Bereich, wo wir jetzt gestern vorgestoßen sind, eigentlich überhaupt nichts oder fast nichts zu liquidieren. Der größere Bereich liegt dann eher hier oben bei diesen Candles. Und das wurde nicht abgeholt, deutet jetzt grundsätzlich für mich eher darauf hin, dass es gut möglich ist, dass wir uns eben noch einmal in diesem Bereich hier oben fortbewegen, beziehungsweise ins Golden Pocket dann reinkommen, dann wiederum eine Bearish Divergence auf 1H, auf H4 und sowas bilden und dann möglicherweise nochmal einen Anlauf nach unten hin in unser übergeordnetes Golden Pocket reinkriegen. Der einzige negative Aspekt, den wir eben derzeit haben, ist unser verdammt starker US-Dollar. Wir haben im Wochenausblick darüber geredet, eigentlich deutet alles, es hat wirklich alles darauf hingedeutet, wenn wir uns das mal hier auf den Tagesscharters angucken, massiver Widerstand, Bearish Divergence auf multiplen Timeframes, RSI komplett skyrocketing, wenn man das so sieht, auf 78 der RSI, Rising Ridge, wir hatten hier wirklich alles Bearische, was es im Endeffekt gibt und trotzdem hat es den Dollar nicht gejuckt. Wir sind hier vorgestoßen auf diese Daily Supply Zone, wo wir uns derzeit befinden und sogar ein bisschen konsolidieren. Und wenn wir uns dann die Märkte angucken, Dow Jones komplett unter Wasser. Gold komplett unter Wasser, kommt jetzt hier aber so langsam in einen größeren Support-Bereich mit eben einer älteren Ineffizienz, die hier zu schließen gibt. DAX auf drei Monats tief, auch SPX, NDX, alles komplett unter Wasser. Und das könnte auch noch Auswirkungen auf Krypto haben. Wir halten uns im Kryptomarkt, muss man natürlich auch dazu sagen, trotz dieser wenigen Bewegungen, die wir jetzt in den letzten Tagen haben oder eher so dieser übergeordneten Seitwärtsphase, halten wir uns relativ stabil. Aber wir hatten es gerade schon in der Telegram-Gruppe darüber gesprochen. Es deutet irgendwie so ein bisschen was darauf hin, dass irgendwas im Busch ist. Vor allem, weil wir einen sehr, sehr starken Dollar haben und einen sehr, sehr schwachen Euro. Das heißt, das Geld fließt aus Europa. Wer hat es vorhin gesagt? Micha hat es, glaube ich, in der Telegram-Gruppe gesagt. Das Geld fließt aus Europa raus. Es wird in Dollar umgetauscht. Und das könnte noch irgendwelche Auswirkungen haben. Deswegen bin ich grundsätzlich immer noch eher der Wahrscheinlichkeit halber, dass wir nochmal Richtung 24k runtergehen könnten. Also hier in unserem riesigen Support-Bereich, über den wir auch schon längere Zeit immer wieder berichtet haben. Weil wir hier erstens auch diesen Riesendocht haben und natürlich auch in Richtung Golden Pocket, also das übergeordnete Golden Pocket. Ich ziehe das nochmal ganz kurz, damit ihr Bescheid wisst, was ich meine. Dieser Bereich hier, dass wir diesen noch anlaufen können. Und diese Seitwärtsphase, die wir zuletzt hatten, hat keine höheren Hochs verursacht, eher tiefere Hochs. Also wir wurden ja hier, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, einerseits hier und dann nochmal hier tiefere Hochs und dann teilweise halt auch tiefere Tiefs, die daraus entstanden sind. Das heißt, grundsätzlich ist der Markt in einer bearischen Stimmung. Daran hat sich auch jetzt in den letzten Stunden nichts geändert. Daran wird sich wahrscheinlich auch erst einmal nicht mehr so viel ändern. Deswegen sortiere ich momentan oder gehe ich eher momentan so ein bisschen in den Short-Modus rein. Natürlich, um jetzt mal auf die Führung rüber zu sprechen zu kommen, hier haben wir einen Long mit zwei Take-Profits abgeholt. Alles schön und gut. Die Position müsste, ne, die läuft sogar noch, weil wir hier unten Long gegangen sind. Daran werde ich auch erstmal nichts ändern. Die bleibt offen, werde mir aber auch im Endeffekt hier möglicherweise einen Short-Entry suchen. Wir ziehen uns auch mal hier das Fit-Level von unserem Top zu unserem Low. Sehen wir, hier wurde das Golden Pocket perfekt abgeholt, also wirklich perfekt abgeholt. Und das ist auch momentan so für mich der nächste Step, wo ich sagen würde, okay, wir haben hier zwei Take-Profits abgeholt. Den dritten werden wir wahrscheinlich hier in die Region 1.640 US-Dollar legen und dann gegebenenfalls hier gleiches Spiel wie bei BTC, dass wir uns hier einen Doppeltop holen, mit einer Barber-Stay-Vergents gleichzeitig einen Short aufmachen, den dritten Take-Profit ziehen, 1 zu 1 gleiche Positionsgröße und dann den Short möglicherweise mit nach unten hin mitnehmen. Weil auch hier bin ich grundsätzlich Short eingestellt. Wir haben trotz dieser ewig langen Seitwärtsphase, ihr seht es hier immer wieder, haben wir versucht hier oben nach oben hin auszubrechen, haben wir es nicht geschafft, ein höheres Hoch zu bilden. Die Seitwärtsphase ist intakt. Wir haben tiefere Hochs, tiefere Tiefs, die sich hier jetzt mal abgesehen von diesem großen Wig gebildet haben. Also der Markt ist grundsätzlich weiterhin an einer bearischen Stimmung. Wir sehen es an den Aktienmärkten, wir sehen es an den Forex-Märkten, dass da irgendwas möglicherweise im Busch sein könnte. Ist es möglicherweise jetzt alles nur so eine Vorbereitung auf den größeren Dampf, wir werden es sehen. Aber kurzfristig bin ich auch hier erst einmal bearish eingestimmt. Das heißt, grundsätzlich erst einmal für den Tag, für Vormittag, Nachmittag, keine Ahnung, schieß mich dort, erst einmal ein bisschen hoch, dass wir hier versuchen, diese Liquidität abzugreifen. Nochmal über diesen einerseits Golden Pocket, vor allem bei Bitcoin, weil wir es eben nicht angelaufen haben, und bei Ethereum eben hier in Richtung 07,8,6er und dann eben den möglichen Abverkauf in Richtung 1.566, mindestens erst einmal und dann müssen wir weiterschauen. Ja, ansonsten gibt es, wie gesagt, wenig zu sagen derzeit. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Gerne mal eure Meinung derzeit dazu reinschreiben, was ihr davon haltet, von den Märkten generell. Seid ihr eher bullish, seid ihr eher bearish? Schreibt es unten gerne rein. Ansonsten Telegram-Gruppe join, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Und wir hören uns gegebenenfalls später nochmal wieder. Bis dahin, wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Ja, ansonsten, wie immer, stay quick.